Letztens, als ich hier war, waren wir zu Hause. Wen hast du das? Moni, wer ist das hier? Ich habe heute keinen Kaffee gehabt. Was ist denn? Ja, der steht da. Wenn es geht. Ach so. Nein, kann ich nicht. Ja, und ab hier. Das ist ein Kaffee gehabt. Das ist ein Braune. Das weiß ich nicht. Mach ich hier mal kurz. Ja, ich glaube ich vorhin etwas aus hier. Die hat vorhin eine kurze Einführung gemacht. Wurzeln geht auch noch spazieren, als hätte ich Wurzeln doch. Ich glaube, ich Wurzeln. Hm. Der hat nur so einen weißen Punkt hinten drauf, ne? Wurzeln. Das muss doch sein, ne? Hm. 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 Rettungsrund. Ich habe ein Foto, da hat Fame von Borda halten. Hüte-Auto. Mach ich mal Borda. Ja. Ja, ich guck. Mach's den. Oh. Die hat's aber mit der Mama heute, oder? Hat der ein Fan, oder? Hm. Trinken, oder? Nee, die ist die ganze Zeit an Mama dran. Ja, ne, die macht. Das kriegst du mal eigentlich mit. Ja. Ja. Tut mir leid, Mama. Hm. So wie ist das jetzt? Wer hat er? Monika. Monika, ne? Das sind Namen, das kann ich nur überhaupt nicht sagen. Das ist dieses komische Pferd da, ne? Ja, ist es natürlich. Isländische, ja.